jetzt sie kommt und denkt jetzt ist es so um da oben kommt zu breit wo habe ich wohl gleich mal was ziemlich geiles das Maus auf die Mongos hier ähm ich brauche jetzt erstmal Truppen sieht nicht gut aus komm mach's und jetzt mach's doch einfach Bam, ne ich rede nicht mit dir, ich rede gerade mit meinem Held der hat sie endlich mal voll weggebasht so so jetzt halt, jetzt haben wir ihr Viecher killt nicht erstmal mit Riel danke so du scheiß schlechter Nasko jetzt greifen wir an das war erstmal alle was auch immer so ich muss es aber echt mal ich mach mal die Häuser wo ich ausbitte Leute du gehst an Spitze hier so das muss ich nur noch hören das muss ich nur noch hören ja da mag man das müssen etwas länger nicht mehr gespielt da oh ja komm mal nach Skoll oben fützeln oh ich sag mal zu mir das schwimmt oder was ist denn das okay, also erstmal mein Endgeil Typen ja ja okay ich stecken muss ich nicht ich könnte denen helfen ja ja das passt schon und nem End okay äh wo ist der End okay gut ähm nein geht ja ganz hinten den seht man gar nicht gut sie haben jetzt grad ihr komplette Pfeilhagel scheiße soll ich Industrie machen oder soll ich wieder äh ich muss anders geht das nicht so warte mal das sollte schon besser aussehen ich bin ich bin Alter ist unglaublich ich mache immer alles falsch so die hier dürfte nicht sterben ich hab keine Ahnung oh mein Ding ist weg ah der hat seine eigene gekillte Scheiße voll Alter jetzt geht's ab jetzt habe ich mir erst mal ähm zwergenschätze und dann geht's ab äh da hole ich mir die hier das miedet die Klinge oh 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 ich hab noch ich hab noch du ziehst dich mal zurück und du gehst an ja ja ich kümmere mich drum der killt gerade seine eigene Mann ich hab ein bisschen blöd du kannst keine Heilung einsetzen ich hab noch ich hab noch ich hab noch ich hab noch da vorne ist wieder einer bei meinem Ort ist ja kacke ähm warte mal da ich hab mich hier oh man okay der ist tot ich hab noch ich hab noch meine Skollein wird es nicht packen aber trotzdem So Welcher? Achso, ja Okay, ähm Du, du setzt dich auf Kampftrolle, okay Kampftrolle, wir müssen sparen, wir müssen sparen Äh, 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 zieh die Dings bei mir oder versuch bei mir welche hinzustellen Und da wo bei dir läuft, da zieh ich dann die Zwergenschätze rauf, dann kann Gaedas einigermaßen So, jetzt erstmal ein ganzes Zeug hier reparieren So, jetzt, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Verteidigung Ich setze auf Kampftrolle, ich hab tausend würden reichen Ich muss da hinten mal ein bisschen Verteidigung aufbauen Oh Mann, der Typ muss ... Ich muss da hinten mal ein bisschen Verteidigung aufbauen Oh, okay, dein ist ein Netz, der nicht geht Die müssen geheilt werden, die hier Ja, ich kann mir vorstellen Ja, ich kann mir vorstellen Gut, die Rennen liegen mit dem Fernsehen, wenn man nicht mehr, äh, kämpft oder Alter, ist das krank hier Oh Mann, mach nochmal eins, oder? Oder später, oder morgen, halt Oh, ist ein Baumeister, das krieg ich einfach mal wieder mit dem Baumeister Ich sag aber irgendwie, dass ich mein zweites Naum von der Nähe Ist unsers? Ja Ja Fuck Stimmt Nein, ich hab keinen Wolkenbruch Los Ich versuche da oben zu helfen, dann tut mein Lass los Ich wollte eigentlich ab, aber erstmal brauchen wir hier das hier hin Wir machen Fortschritte Ja Bau Kampftroll, bau erstmal Kampft, das ist das allerwichtigste Ja, gut, da Nein, nein, Kampftroll Normal auf die Burgstroll, oder? Ich hab ne Idee, wie wir's machen können Ich kann ja so elends viel bauen, und mich greifen sie ja nicht an, gell? Ja, mach mal so Ich schick dir einfach Geld an Ach komm, bäms Ja, und die rocken dann die ganze Bude Da bleiben, und dann brauchen wir hier gleich mal ne Essay hin Ja dann Hier bau du deinen Sägewerk hin Jetzt komm, mach mal Alter, das ist dumm das Ding einzusetzen Alter, endlich Ah ne, das war Ui bis aus Ich sie aus Valid Ds aus Valid Ah ich sie eh schon was was bringt Loki, mach mal Tours auf Fernsicht Machi Du hast auch Fernsicht oder Weitsicht, oder mach mal das auf jeden Fall ab auf und den Gebäude war es auch bei Gebäude von denen sehr gut nämlich jetzt bleibt mal drauf je stimmt eigentlich auch und wird das war dumm an 16 das war ich mal war feste um er hat er auch vorher schon ja der schweizende Ausrüstung meine Romantik Geld da wohl jetzt mal wieder truppen Da oben, das hasse ich. Ich muss da oben mich schützen, ey. Ich muss da immer durchbrechen. Kleiner Leck und... 300 und 300, 600 können sie sich jetzt leisten. Und die stellen wir jetzt immer da rum. So. Wow. So da. Ich muss sie nicht packen. Was denn? Komm schon schnell, mach hin. Gut, danke. Nicht du. Ja, zu. Warte mal. Mann, das ist außerhalb meines Baubereiches. Das kannst du nur du.